Musik We fixed it. My Friendly Neighborhood. Ja und herzlich willkommen bei My Friendly Neighborhood, der Demo. Das ist wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen Horror-Spiel-mäßig mit Puppen. Mal schauen, ich würde sagen, wir starten einfach gleich mal ins Spiel hinein. Ich habe da noch nicht viel gesehen, von daher, let's go. Um, ja. Welcome to the Neighborhood! Well, no getting back up that way. Alright, da sind wir auch schon. A, B, C, 1, 2, 3. Hooray. It's locked from the other side. Das ganze ist ein Indie-Spiel, habe ich bei Gronkh im Livestream gesehen und das hat... Oh, dear, oh my. You seem to be stranded in the basement. How do I get out of here, Ricky? Oh, I haven't a clue. Never come down here myself. Oh. Oh. Sorry! Ich wollte doch hören, was er sagt. Ähm, eben wie gesagt, ich habe das bei Gronkh im Livestream gesehen und fand das... ...interessant. Oh. War das... ...schlau? Ah! Hahaha. Kann man die auch umbringen? Okay, man kann sie umbringen. Ich hab nichts mehr. Wut? Ist okay, mein Sohn ist. Alter. Äh. Shit. Shit. Junge. Okay, ich find's jetzt schon crazy. Ähm. Ja, gut. Äh. Äh. Ich hab keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Irgendwie kann man auch gar nicht springen. Kann man sich schnell umdrehen. Benny, kann ich mich nach Hause? After the shoot today? I'm feeling a little unsettled. After the mugging on Great Street a couple nights ago. Seems like the city is getting more and more violent every day. Some days I feel like the only safe place is the neighborhood. I know it's silly, but I demean a lot of me. Mr. Gertswald usually lets me go around 6.30. Meet me in the office lobby, Julia. Press F to view notes. Press E to continue. Okay. Okay. Was geht's hier? Was ist das für ein... Was hab ich mich da bloß hineingelassen? It's locked. Tape. Half or legs. Kann man den nachladen? Okay. Äh. Not my business. A medal, please. Gets dir gut? What the fuck? Jetzt muss ich da wieder raus. Tutorial. When the enemies are knocked over, you can tape them. Look at the enemy and press E. Okay. Okay. Das ist ein S. Okay, ich hab ihn getapet. A letter from a dear old friend. I got it in the mail. Alter, was ist das für ein krankes Spiel? No one just appears in my house. Kommen wir da hinein? Oh ne, die ist locked. Die ist auch locked. Ja, ist gut! Halb mal die Fresse! It came from Florida in the mail! Out of order. Jetzt kommen wir da plötzlich rein. Das Spiel ist ein bisschen verrückt. Nur ein bisschen. Nur ein bisschen. Okay, Munition. Noch mal Munition. Fassen. Dieses. Shadow Sapphire. The Novelist. Let's get writing. Press 1 and 2 to switch between the Rolo Dexter and the Novelist. Studio rules. Be friendly to your neighbors. Keep quiet on the set during filming. When the red lights are on. It's a hot seat. It is tricky enough to quiet the neighbors. Guests are not permitted during filming unless... the Puppets. Previously allowed by production. All visitors must sign or blanket MF the NDA. Children are to be kept only in the designated areas and far away from the puppets unless a handler is present. Their safety is our liability. Avoid equipment. You are unfamiliar with. No swearing around the neighbors. Our felt friends are highly suggestive. Cables, wires and cords are to be taped down at 2 feet intervals. Stabbing or standing on cables can cause long term damage. Dangerous materials such as scissors, tape and toxic products, paint, thinner, lonely glue etc. are to be kept on high shelves. Arc of reach from the neighbors. They have longer arms than you think. Be mindful of custodial stuff. It is their job to empty the trash from the bins. It is not their job to pick up your litter. It is their job to polish the floors. It is not their job to clean up mud from muddy boots. Generally, keep the studio in the same conditions as found. Your future self will appreciate it when you return for the next production. Is this your studio or what? Nikola Tesla. Cool guy. Mr. L. I was hanging around the office last night to keep the pipes from freezing, so I had the time to work out the kinks on our latest project. The output is pretty flashy, but it should be useful for stunts. Special effects ATC. I blasted a couple Normans with it and they seemed to have fun flying across the room. It uses up a lot of letters. Though you so tried to conserve ammo. By the way, a few of the employees might notice their typewires are missing. But, why not? But, why not? Did you find the garbage? Oh... If wet don't work. It's locked from the other side. Okay. Shit! He started laughing at each other and everything was okay. That's why you should always try to make friends with friends and we'll forgive you. Okay, das heisst nur, ich muss zurück. Everything was okay. That's why you should always try and make friends with friends. Sei mal ruhig! Das ist ja schrecklich mit denen. Gehen wir mal in die... ...richtige Tür. Das ist ja schrecklich mit der da. Das ist ja schrecklich mit der Rai-Satsu. Ray! schnell Halt sie! Lass mich! Schnell, 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 schnell! Wie kann man sich heilen? Wie heilt man sich? H für Health? Wait. Inventory tab. Quick turn, pause, map, fire action, investigate. Okay. ABC123. Hä? Ich hab keine Ahnung, was ich hier machen wollte. Ich bin so verwirrt. Es sieht aus, wie es Kraft braucht. Okay. Dangerous mechanic is remotely controlled and may start without warning. Was? Slot? Okay. Da fehlt einfach irgendwas. Boiler memo to all construction personnel. Okay. Das sind Punch Card Maschinen, um eben neue Punch Cards zu machen. Und hier hinten ist wohl der Strom drin, um diesen Generator anzuschmeissen. Ich muss sagen, das Spiel ist ziemlich dunkel bei manchen Stellen, aber man hat eigentlich das Spiel im Vorhinein. Schills. Was? 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 Was ist das hier genau? Ist das hier mein Inventar oder was? Was ist das hier genau? Was ist das hier? Safe. Heal. Mass. You received. Difficulty normal one. Saved. Healthy boiler room token. Please come again. Thank you. Ach so, das ist ein safe room. Zwei. 1, 6 I don't get it Completed in progress Soundstage Basement Editing Room, Generation Room Puppet Storage, Costume Storage Piper Room, Race Stage Office Basement, Slide So, da waren wir glaube ich jetzt schon drin Sind wir hier wird jetzt hier sewers hell he Après Okay ... ... ... ... ... ... ... Der Plug sieht nicht komplett aus. Pickup, Metal-Piece. Das gehört doch da hinein, oder nicht? Okay, I don't know. Dann brauchen wir irgendwie Punch-Cards oder irgend sowas. Okay.